So, wir sind wieder back am Start hier, Hello Neighbor. Ja man, und die Mission ist es. Und den goldenen Apfel zu bekommen. Genau, und zwar der Baum müsste jetzt gewachsen sein. Genau, wir haben das Spiel ja letztes Mal laufen lassen, auch als die Kamera ausspricht. Dementsprechend muss der Baum jetzt ganz oben sein. Boah, Alter. Oh, 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 oh. Der Apfel müsste da sein, Leute. Den muss man jetzt eigentlich hängen, ne? Ja. Boah, der wäre größer als der andere Baum, Alter. Oh, Leute. Oh, da ist der Apfel. Kriegen wir den so, oder müssen wir den Apfel... Vielleicht drauf schießen? Oh, warte doch, ich könnte den so bekommen. Mal was werfen? Ja, wir müssen was werfen. Okay, mit mehr Schmackes. Boah, wo los? Oh, da oben war das. Ja, voll mini runtergesprungen, speckig. Wir müssen den jetzt irgendwie runterbekommen mit solchen Sachen. Vielleicht werfen wir einfach mal weiter, weißt du? Ja. Junge, geh auch weg, Alter. Als ob der das wüsste. Ja, der macht das extra, Mann. Hey, wo geht der denn? Alter. Der geht ja doch nie lang auf einmal. Geht mal da lang. Guck mal. Warte. Hey, wo geht der hin, Digga? Hä? Wo geht der hin? Warte. Moment noch, was geht jetzt ab? Was soll den beobachten? Hä? Noch nie macht der das und auf einmal, wenn der Baum wächst, dann macht der das. Ey, der ist mal beim anderen Nachbarn, Digga. Alter. Hä, der steht da einfach. Was ist das, was sein Grundstück ist? Hat der noch nie gemacht, nur wegen dem Baum, ne? Noch nie, Mann. Was läuft denn jetzt hier? Hä, wo geht der jetzt hin? Hä? Was geht ab? Kommt vor, als ob wir irgendwas freigeschaltet haben. Einmal hören wir Stimmen, auf einmal geht der hier rum. Ja, ja. Alles ist anders. Was macht der? Was macht der da? Hä? Der Bö... Hä? Hast du gesehen? Hallo? Wie ist das Straße, Mann? Ich habe es gesehen, es ist nicht so. Ja, ich habe es gesehen, es ist nicht so. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Okay, es gibt es nicht so. Was? Alter. Es fliegt immer zu viel, viel zu... Wie ist es denn? Ja, ich habe es gesehen. Ja, Junge, guck doch nicht mich an. So. Bam. Das wäre ja peinlich, wenn wir noch treffen, ne? Hm. Wir müssen uns genau da drunter stellen, dann musst du hochwerfen am besten. Ja. Das ist schwerer, den da runterzukommen, als den zu züchten. Bisse. Hallo. Lass mich hier durch, Mann. So. Wo kommt der jetzt, Mann? Oh, nerv mich doch nicht, Alter. Nerv mich doch nicht, Alter. Oh. Ey, ich habe den auch getroffen, oder? Ja, ich habe voll getroffen jetzt. Was? Toll. Ich bin gleich. Diese ganzen Dinge. So, nehmen wir uns... Eigentlich müssen wir immer mit der gleichen Sache werfen, damit wir dann ein Gefühl kriegen. Weil die fliegen immer unterschiedlich. Jetzt geht der wieder raus, Alter. Junge. Ist doch nicht normal jetzt. Freut mich, dass wir den... Hä? Der war doch voll gut, ey. Der ist doch durchgegangen. Ich glaube, wir müssen genau auf seinem Grundstück stehen. Ich glaube, wir müssen da auch stehen. Ja. Ja, der passt da echt auf. Der weiß genau. Ey, der guckt doch gerade so hoch. Ja, ja. Wir können ihn eigentlich ablenken. Ja, wir müssen ihn ablenken. Hoffentlich geht der nun da hin. Nein, nein. Der guckt uns an. Ich weiß genau. Das ist doch kein Apfel. Ja, ja, der weiß schon. Ich glaube, wir lüften irgendwie... Vielleicht lüften wir irgendein Geheimnis oder so. Wir wissen ja nicht. Der fällt sich auch gerade komisch an. Der hat Angst, auf jeden Fall. Angst. Am Start. Ey, jetzt geht der wieder da hin. Jetzt schleicht ich mich jetzt hier an. Egal. Der dürfte noch nicht kommen, oder? Ja, wir werden es eigentlich nicht sehen. Es geht ja jetzt über den Einpfiff. So. Der ist ja nie reingegangen. Und vor allem mal... Das ist... Wie krass, wie er es jetzt bedenkt. Ja. Das ist ein bisschen... Wenn man den Sturm hier aufsteigt. Jetzt rennt er zum Strom. Ach so. Wo? Hä? Warum hier lang? Ey, was ist das denn? Ey, was ist das denn? Ich würde mich verlassen jetzt. Wir lassen es einmal her. Krass, wie der jetzt abgeht, ey. Ey. Gibt's nicht, ne? Okay, wir können jetzt abwarten. Der wird da jetzt... Ich glaube, das ist auch die Situation. Ja, ja. So ein bisschen. Damit das schwieriger ist. Was ist das denn? Was gibt's denn? Ganz, ganz knapp. Genau in der Mitte treffen, ey. Boah. Und tippen nach vorne, ey. Hä? Oh, der war voll gut, ey. Ich hab den safe getroffen. Aber safe. So nochmal. Bist du mir das Bestimmten da runterkriegen? Oder mit der Waffe? Ja. Ich hab's ja schon versucht. Das muss eine bestimmte Art sein, das runterzukriegen. Vielleicht musst du noch gegen den Baumstamm werfen. Einen Ast bewegen? Achso. Weiß nicht. Hätte auch zu. Weil gegen diesen Gestrüpp da oben, das rote? Die Blätter? Ich weiß gar nicht, ja. Den brauchen wir gleich oben. Ja. Ja, wenn wir den Apfel haben, müssen wir an so einen Ort gehen, wo keiner gedacht hätte, dass da was ist. Genau. Ja. Und ja, wir wissen auch noch nicht, was da passiert. Aber wir wissen, wo der Ort ist. Also wo wir den Apfel hinbringen müssen. Mhm. Soll ich mal den... Wo ist der Apfel? Wo ist der Apfel? Wo ist der Apfel jetzt? Na, geht einfach durch. Oh, dann muss man das mit einem Apfel Apfel haben. Achso. Das wär's jetzt. Hm, das war auch dauernd. Hä? Können wir kaum erzählen. Das ist jetzt nicht getroffen. Alter. Was soll? Vielleicht müssen wir das echt mit einem Apfel abwerfen. Ja, das wir machen, ne? Aber Bananenschein. Soll ich mal nochmal... Warte, und sollen wir nochmal wieder nachgucken? Oder sagst du jetzt? Ja, warte. Ich versuche mal mit Bananenschein kurz. Weiter geht's. So. Ja. Versuch den mal runter zu ballern jetzt wieder. Genau. Also manchmal scheint der auch so. Ach nö. Die gehen einfach durch irgendwie, oder? Ja. Ja. Der glänzt auch total der Apfel. Ja. Und meinst du der ist noch nicht ganz fertig? Oder der wächst einfach noch. Kann auch sein, dass der noch wächst, oder? Ja. Ja, weil wir haben ja schon längste Trocken. Safe. Kann man das schmeißen. Manchmal blitzert der sowas. Mhm. Irgendwann gibt's doch noch ein paar. Ey. Eine Idee. Wir gehen aufs Dach. Ah, mit dem... Ah, ja. Das könnte doch klappen. Vielleicht kann man den anderen... Ja. Das versuchen wir jetzt mal. Vielleicht müssen wir das auch so machen. Ja. Kann echt sein. So ein nach Abflücken so. Ja. Dafür ist ja auch diese... Ja. Regen schon auch vielleicht da. Eigentlich reicht der da schon, ne? Ja, genau. Okay. Wow. Ist ja hier drin. Was geht ab? Hä? Alter. Irgendwas ist hier anders. Irgendwas stimmt hier nicht, ne? Was geht ab? Der lief Fernseher, glaube ich. Aber der lief noch nie. Du denkst, der guckt Fernsehen. Ach, kann auch so. Aber seit wann macht der sowas jetzt? Das ist ja wohl merkwürdig. Guck nach einmal. Kann man eigentlich auch nehmen? Dann fliegt er locker durch. Ich glaube auch. Okay. Wir können auch durchfliegen. Kannst du auch. Oh ne, da kann man nicht durchfliegen. Ist das? So. Man kann den doch gar nicht nehmen. Wie ist das gar nicht? Und als dagegen fliegen so ein bisschen... Achso. Und lass mal ganz kurz in den Tor. Was? Was geht ab? Ich kann mich nicht bewegen. Ich bin fest. Woah. Boah. Boah, Alter. Geh mal nicht in den Raum, wo das Wohnzimmer ist. Da ist ein Fernseher. Warte doch mal. Ja. Hier. Wann guckt der hier Fernseher, Alter? Was geht da ab? Hä? Der war am Duschen und alles. Was geht denn jetzt? Alter. Irgendwas ist hier verdammt vor. Ja, Mann. Versuch nochmal jetzt gegen zu jumpen. Dann öchtet er sich. Sonst stinkt der hier immer rum. Jetzt öchtet er sich. So. Liege mein Vogel. Liege. Einfach mal suchen wir dagegen. Der sieht aber auch nur klein aus. Ich glaube der muss noch ein bisschen... Oder? Sonst meinst du der wäre schon da oder sonst? Was ist das jetzt die Frage? Ja. Der ist nicht so groß. Ja, ja. Wollt ihr nochmal gießen? Hm. Weiß nicht. Sind doch drei Stunden vergangen ist doch die Frage, ne? Ja. Vielleicht noch nicht ganz. Vielleicht noch zehn Minuten oder so. Ach, die Kamera sehen wieder an. Auf den Ast kommt wenn du nicht, oder? Ja. Ja. Der war ja auch nicht dick dieses Ding, ne? Ne, überhaupt nicht. Ja, die brauchen wir. Mal gucken. Hm. 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 Warte. Das habe ich schon hingetan. Ich habe sie noch immer abgeschmissen. Dann fahre ich meinen Nachbarn zu. Also daneben fliegen oder meinst du jetzt so einfach? Dann war daneben und dann... Weil sonst so Sachen kommen wir nicht ab. Ich bin echt im Flug daheim. Ja geil, das klappt ja wirklich. Oh. Oh, oh, ich habe das wirklich. Ist das jetzt da drin oder was? Ich glaube das ist da drin. Oh ja. Würde ich sagen, mal einen Flug machen. Krass. Aber am Flug kann ich nicht mehr fliegen. Stimmt ja. Ich bin zu weit weg. Wir müssen da hinfliegen. Ja. Boah, der wartet da. Das ist okay. Okay. Ah. Ah. Ich stand auf den Magnetbächten. Ja. Jetzt. Okay. Das bringt gar nichts. Boah, du denkst ja, ist doch nicht so weit. Kann echt sein, dass wir noch ein bisschen warten, dass er noch ein bisschen reifen muss. Kann echt sein, aber... Ja, was soll man machen? Hm. Und wir brauchen echt größere Sachen. Warum? Ich weiß nicht. Ich stelle mal alles hin, was wir gar nicht brauchen. Ja. Ja. Und der Apfel. Ja. 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 So. Back in business. Versuchen wir uns jetzt mit der Waffe. Es geht mit der Waffe, haben wir gesehen. Es geht mit der Waffe, haben wir gesehen. Ja. Und der kampelt hier wieder rum. Hm. Wie der Wachern halt? Nee. Hm. Er hat Angst um seinen Apfel auf jeden Fall. Hm. Deswegen hat er schon geduscht, da wollte er ein bisschen reinduschen. Guck mal, wie der da jetzt chillt, Alter. Voll warm halten, ey. Okay, doch, der geht jetzt rein. Voll am Garten, ey. Komm, geht rein, Junge. Ich hoffe, der sieht uns nicht am Fenster. Das kann ich machen. Ich glaube, das ist doch nicht reif genug. Ist auch bitter, wenn das irgendwie verdammt wäre. Sollst du mal Restart machen? Ja. Machen wir mal Restart, gleich mit so einem Back. Genau. So, Restart. Genau. Da draußen ist auch eine Kamera. Ach, die sieht uns vielleicht Fenster. Ja. Ja, da war da eben so. Das kann doch nicht sein. Auf die Zaunspitze, Junge? Ich glaube, der ist noch nicht ganz reif. Ja, denke ich auch eher. Weil sonst hätten wir den schon längst bekommen. Aber komisch, dass das schon angezeigt wird. Ja, ja. Das finde ich auch ein bisschen komisch. Ja, nervig jetzt. Entreden. Ich finde, ich muss echt noch ein bisschen wachsen. Boah, wenn es verbackt wäre, wäre richtig mies. Wäre richtig bitter, ja. Ja. Können wir mal gießen? Ja, können wir mal. Ah, wo ist die Gießka? Der hat sich auch weggebracht. Gieß auch um nichts. Na, bringt ja auch nichts. Anna hat gesehen, der wächst ja trotzdem. Ja, eben. So, Pisser, Alter, hier, Mann. Du legst einen Head. Du kriegst einen Headshot. Ja, komm. Verfolgung ist ja. Oh Mist. Jetzt hat er mich... Nichts. Oder muss das... Vielleicht ist der Hebel hier aktiviert sein. Ach so, macht Spaß. Das wäre richtig witzig. Das wäre echt random, wenn das jetzt so Affel gesonnen wäre. Ja. Da oben chillt er. Ja, jetzt kommt der eh langstulziert, ey. Du weißt, was haben wir denn da? Wir wollen, dass das zum Dach ist, ne? Boah, das wäre scheiße, ey. Wenn das Game neu startet. Dann könnten wir vielleicht auch cheaten einfach. Uns den Baum da cheaten. Ja, eben. Also ein neues Spiel anfangen. Und dann einfach den Baum. Ja. Oder den Affen am besten noch. Genau. Ja, Na. Ja. 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 Ähm. Ja. 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 Ey Junge, der Typ nervt so. Ist der jetzt stolz, dass er einen neuen Baum hat oder was? Echt? Den wir eingepflanzt haben. Und tschüss. Wo ist die Waffe schief? Guck mal. Hä? Was geht denn jetzt ab? Was hab ich gemacht? Hast du viel geballert? Weil man sich duckt? Immer schief? Ah, weil man sich duckt. Ach so. Ist der weg? Ja. Hand runter. Mooooooain. Baum. 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 Das ist genau da du bist. Der muss noch wachsen glaube ich.